Herzlich Willkommen zu diesem Video und heute geht es um das Thema Pay Per Click Werbung. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt der weiß ja dass das die schnellste Form ist um Besucher für die Webseite oder für eine Landingpage zu bekommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja Facebook Werbung in aller Munde dieses Facebook Pay Per Click diese Dark Posts und so weiter aber wer sich damit schon beschäftigt hat hat wahrscheinlich auch bemerkt dass das ganze gar nicht so einfach ist. Dass man hier diesen Powerediter lernen muss bei Facebook Marketing. Dass man diese 20% Textregeln nicht überschreiten darf dann ja gibt es außerdem jetzt schon wieder sehr viel Mitbewerb weil das ja jeder macht mittlerweile diese Facebook Werbung dann kommt noch dazu dass man immer sein Profilbild irgendwie in der Werbung hat wenn man diesen gesponserten Post sieht und darüber das Bild das mögen auch viele nicht ich würde das auch nicht gerne haben dass jeder weiß wer hier die Werbung schaltet. Also das sind alles so Dinge die bei Facebook nicht so gut sind meiner Meinung nach dann haben sie wahrscheinlich auch von dem Thema Google AdWords gehört aber das ist mittlerweile unleistbar geworden für den kleinen Unternehmer der Werbung schalten will also gar nicht so einfach. Aber jetzt kommt dieses Video hier zum Zug ich habe nämlich ein Portal gefunden das absolut unglaublich ist es ist ganz neu also das kennt noch fast keiner das ist jetzt die Anlaufstelle Nummer eins für Leute die Pay Per Click schalten möchten das ist in jeder Sprache verfügbar das ist wirklich unglaublich aber ich werde ihnen den Beweis dann zeigen und man kann hier wirklich eine Klickrate von 80% erreichen man muss kein Keyword Research betreiben also nicht immer die Keywords suchen bei einem Google Keyword Planner und so weiter man muss keine Zielgruppen suchen und so weiter das fällt hier alles weg den Beweis zeige ich ihnen jetzt. Es geht nämlich hier um folgendes nämlich um YouTube Ads Werbung da haben sie wahrscheinlich auch schon mal was davon gehört aber das war bisher immer relativ schwierig und ein unangetastetes Thema das ist nach wie vor so aber der Herr den sie hier sehen der Gideon Shelwick das ist seit Jahren einer der erfolgreichsten YouTube Marketer aus den USA und der hat jetzt eine Plattform entwickelt die nennt sich Vroll.com und das ist eine Plattform rein für YouTube Werbung. Das ist absolut unglaublich er erreicht mit seinem Team hier Ergebnisse die wirklich unglaublich sind da können sie sich dann übrigens auch mal umsehen ein bisschen man kann ein Training bekommen ich zeige ihnen das jetzt mal. Man kann sich hier mal völlig kostenlos registrieren man hat die Möglichkeit die Recherche zu betreiben man kann nämlich direkt auf Videos seine Werbung schalten sie brauchen sich im Prinzip nur mit dieser Plattform Videos suchen die ihre Zielgruppe ansieht wenn sie zum Beispiel einen Karate Kurs online verkaufen möchten dann suchen sie sich einfach ein Karate Video mit hunderttausenden Klicks und da können sie ihre Werbung platzieren das ist jetzt ganz einfach ausgedrückt und so funktioniert das. Sie haben hier drinnen bei Vroll.com auch die Möglichkeit sofort ein Video zu erstellen das ist alles integriert aber das zeige ich ihnen jetzt. Ich logge mich jetzt mal hier ein Glass Pass ich habe hier einen kostenlosen Account so jetzt bin ich schon drin dann sehen Sie hier gleich mal das Willkommens Video das starte ich mal kurz damit Sie das auch sehen können das ist Gideon Shelby ok also das ist einer wenn die etwas an greift dann funktioniert das auch sage ich jetzt mal also dem können Sie blöd vertrauen dann gibt es hier die Möglichkeit mal diesen Quick Start Guide das ist hier alles kostenlos dabei das kostet Sie keinen Cent da werden Sie jetzt 18 Minuten lang dauert dieses Video durch die Tools geführt die hier auf dieser Plattform drinnen sind alles erklärt dann mal ein Basis Training gibt es ja auch sehen Sie genau was alles möglich ist und dann haben Sie auch hier Entschuldigung dann haben Sie hier auch eine Sektion drinnen wo Sie genau lernen wie Sie psychologisch diese Youtube Werbung aufbauen sollten da bekommen Sie super Tipps das ist hier noch alles im kostenlosen Paket enthalten und dann gibt hier diese Sektion Target also das heißt hier können Sie Videos suchen oder auch Kanäle suchen wo Ihre Zielgruppe vorkommt das heißt wenn Sie jetzt auf Video Search gehen dann können Sie jetzt hier einfach zu Ihrem Thema Videos suchen und das ist es was in jeder Sprache funktioniert ich habe das gleich mal getestet ob das Video nur bei den englischsprachigen Videos funktioniert nein wir können Sie wirklich alles suchen wenn Sie jetzt zum Beispiel hier eingeben ich gebe jetzt mal meinen Namen Benjamin BibleDeutsch sucht das Programm bereits Videos das dauert dann eine Zeit lang das ist jetzt natürlich nur ein Testzweck ich kann mir nicht vorstellen dass auf meinen Videos irgendeine Werbung schaltet aber ich will es Ihnen eben nur zeigen dass das ganze funktioniert es dauert immer ein wenig aber dieses jetzt sehen Sie all die Videos wo zum Beispiel mein Name vorkommt und auch das Thema Deutsch also das ist eine absolut klasse Funktion Sie sehen das sind jetzt alle meine Videos und auf diesen Videos könnten Sie jetzt Werbung schalten das ist überhaupt kein Problem das ist absoluter Hammer und ja ich zeige Ihnen jetzt auch noch gleich die Create Sektion hier können Sie alles eingeben wenn Sie hier zum Beispiel Karate Kurs Deutsch eingeben oder Sie möchten zum Beispiel wenn Sie einen Karate Kurs machen oder Kung Fu Kurs online vertreiben dann können Sie das auf einem Bruce Lee Video schalten also das ist absolut unglaublich wirklich eine tolle Sache jetzt zeige ich Ihnen noch den absoluten Hammer es ist hier ein eigener Video Creator eingebaut da wissen Sie ja wahrscheinlich von mir hier ich habe diese Software die ich auch bewerbe diesen Video MakeFX da kann das was hier integriert ist eigentlich gewisse Sektionen sogar besser als diese Video MakeFX das ist rein hier gemacht um diese kleinen Endvideos zu erstellen ich zeige Ihnen das jetzt mal den Typewriter sehen Sie gleich einen hier das was hier geschrieben wird da können Sie überall Ihren eigenen Text einstellen das sind die Videos auf die quasi der kommt der auf Ihren Ad dann klickt bei den Youtube Videos das ist der Old Computer da können Sie einfach durchgehen wir können Sie überall Ihren Text reinschreiben das Whiteboard das ist absolut unglaublich hier können Sie dann auch noch die Musik durchtesten und so weiter ich zeige Ihnen jetzt noch was das ganze dann kostet wenn Sie sich hier entscheiden wirklich in die Vollen zu gehen sage ich mal das kleinste Paket kostet 47 Dollar im Monat da können Sie 4 Ads schalten dann gibt es dieses Pro und Agency aber ja das müssen Sie dann selber entscheiden absolut genial ich kann nur eins sagen wenn Sie Pay Per Click schalten möchten dann kann ich das nur empfehlen absoluter Hammer Facebook macht heute jeder jeder versucht das ich denke dieser Zug da kann man zwar sehr wohl noch aufsprengen da sind schon zu viele drauf das hier ist neu das hier ist unangegriffen vor allem im deutschsprachigen Raum und geben Sie denen eine Chance kann ich nur garantieren den Link finden Sie unter dem Video dann können Sie auf dieses V-Roll gehen und auch mal sich kostenlos registrieren und mal sehen ob das ganze für sich etwas ist ja das war es jetzt zu diesem Video wenn es Ihnen gefallen hat wie immer hinterlassen Sie mir ein Gefällt mir abonnieren Sie meinen Kanal damit Sie die neuesten Updates bekommen von meinen Videos und gerne können Sie mir auch einen Kommentar hinterlassen gut das war es zu diesem Video wir sehen uns im nächsten wiedersehen Herzlich Willkommen zu diesem Video mein Name ist Benjamin Beibl und Sie sind jetzt kurz davor einen der kraftvollsten und powervollsten Sätze zu lernen die ich jemals in meinem Leben gehört habe bei mir hat dieser Satz beinahe alles verändert ich habe durch diesen Satz die Möglichkeit meine Produkte und Dienstleistungen ja ich sage mal fast jeden zeigen zu können ohne Ablehnung ohne zurückgewiesen zu werden das war ein Problem das ich ganz lange hatte und ich als ich diesen Satz zu verwenden begann da hat sich wirklich alles verändert ich habe das erste Mal diesen Satz versucht in meinem Hauptberuf es geht nach dem Video mit dem Video wirds werden ich auch